Hallo, wir sind's, Joko und Klaas. Wir veranstalten gerade eine Schatzsuche. Es geht um eine Million Euro. Und ein Teil dieser Schatzsuche ist es, sich erstmal zu informieren über die DKMS, die Deutsche Knochenmarkspender-Datei, und sich dann auch zu registrieren als potenzielle Stammzellenspenderin oder Stammzellenspender. Denn wir probieren, einen Rekord einzustellen. Innerhalb von drei Tagen muss der Rekord der Neuregistrierungen gebrochen werden und gleichzeitig möchten wir, und das ist genauso Teil der Aufgabe, die DKMS und alles, was damit zu tun hat, in alle Munde bringen. Das heißt, alle müssen darüber sprechen und da seid ihr gefragt. Genau, und wenn wir von in alle Munde sprechen, dann meinen wir auch Folgendes, nämlich ein solches Set können Sie sich hier bestellen auf der Seite. Und dann gibt es diese drei Stäbchen dazu, die nehmen Sie ebenfalls in den Mund, schicken die zurück, und damit werden Ihre Daten quasi aufgenommen und man kann sehen, ob Sie potenziell in Frage kommen als Stammzellenspenderin oder Stammzellenspender. Das ist ganz leicht. Wenn Sie jetzt aber schon registriert sind und sagen, ach Mist, jetzt kann ich ja gar nicht mitmachen, das ist natürlich absoluter Quatsch. Sie alle haben die Chance mitzumachen, und zwar indem Sie Lärm machen für das Thema. Sie haben sicherlich einen Social Media Account. Teilen Sie auf diesem Social Media Account nicht nur die Story der DKMS, sondern auch die potenzielle Möglichkeit, dass man etwas gewinnen kann. Und sagen Sie, guckt mal, wenn ihr da mitmacht, helfen wir auf der einen Seite Menschen und irgendjemand anderen, um vielleicht eine Million zu gewinnen. All das Freude auf ganz vielen verschiedenen Ebenen, wenn ihr und Sie mit dabei seid. Bis dann. Vielen Dank.